Mark Cuban's Guide to Getting Rich. Das wollen wir doch alle. Hi, I'm Mark Cuban, and I'm about to give you some advice on how to be just a little bit richer than you are today. Dieser Blick ist so cool. 9 Rules. How do you get rich? Rich is all relative, so there are certain things you need to do in order to put yourself in the best position. Relative, das stimmt. Reich ist immer relativ. Guter Punkt, ja. Ihr werdet nie so einen hohlen Gehaltssprung haben, rein prozentuell gesehen, wenn ihr aus dem Studium oder aus der Ausbildung rauskommt und dann euer erstes Gehalt bezieht. Versucht noch so lange weiterzuleben unter dem alten Lebensstandard. Jeden Abend WG Party. Nein, Quizzy, das hast du falsch verstanden. Mit Studenten leben, weiter leben. Das ist weniger ein Problem in Deutschland, aber kann man ja verallgemeinern so ein bisschen auf Kredite, sagen wir es mal so insgesamt. Das ist Save Up 6 Months Income. Das ist der Notgroschen, von dem wir immer sprechen. 6 Months, die Amis rechnen das Ganze ein bisschen höher an, weil zum Beispiel solche, du auch Rücklagen brauchst für gesundheitliche Probleme, was bei uns ja eher durch, also auch durch die gesetzliche Pflicht Krankenversicherung gedeckt ist. If you don't like your job at some point, or you get fired, or you have to move, or something goes wrong, you're gonna need at least 6 months income. Then what I would do, put your cash in SPX, is probably put it into the cheapest SPX, Standard & Poor's Mutual. Ah, Standard & Poor's, genau, also ein Index, S&P, genau, S&P 500. Die Amis gehen immer auf S&P 500, ist natürlich sehr amerikanisch, die Alternative kennt ihr, 70-30 oder auch Vanguard for the All World oder 70-30 plus Europa, wie ihr es gerne hättet. If you're a true adventurer and you really want to throw the Hail Mary, you might take 10% and put it in Bitcoin or Ethereum, but if you do that... Hab ich auch gemacht. You've got to pretend you've already lost. Bisschen weniger als 10%. Aber es ist eine gute Einstellung, ja, zu sagen, okay, ich behandle das Geld, als wäre es schon verloren. Es ist eine gute Einstellung, dann tut es nämlich nicht so weh, wenn es mal nach unten geht und man kann einfacher hodeln oder einfacher Diamond Hands oder einfacher Buy and Hold, wie auch immer man es nennen will, es kommt immer auch selber raus. Es ist so hard to make a return on regular investments that you're better off when you see a sale. So for instance, hopefully we're all using toothpaste every day, right? A couple of times a day. And we're going to go through toothpaste every month, whatever it may be. You're better off buying two years worth of toothpaste when it's on 50% discount. That's an immediate return on your money. Any of your reusables, consumables that you have to have. When they're on a huge sale on Amazon, buy them. Because chances are their prices are going to go up. But that's a real savings that you get to put in your pocket. I have a bit of a doubt. Because there are quite a lot of consumers. Okay, I'm pretty minimalistic. I hate it. I hate it. Or some things to have. Or some things to have. But for two years to have, I would have a crisis. Especially if you think about it, what else you need to do. That would be in the Schlussfolgering also mean, if you're going to buy a bill, you're going to buy a two-year-year-old. I'm not a fan. And I don't know if it makes you really a milliarder. That would be a point, where I wouldn't 100% unterschreiben would. But all the bisher said is extremely right. Bike shopping in the USA is sinnvoller, because of higher Schwankungen. Ah, okay. So in the USA, you have a lot more Consumer Price Schwankungen than here. It can be. I've never seen, that you have 50% of the Zahnpasta you get. But why not? Okay, that's interesting. Anfang 2020 war der Klopapiervorrat schon was wert. Dann hättest du natürlich verkaufen müssen. Market Timing. Negotiating using cash. I tell people all the time, if you're out, you're going to take a yoga class and they want to charge you $30, and say, look, I got 20. You know what? They're going to take it. Boah, das wäre krass. 330% günstiger. Negotiating with cash is a far better way to get a return on your investment. Read books. I used to love to walk through bookstores when there were bookstores everywhere. And if there's something that caught my eye and I thought I can give me one idea. To spend $30 to give one idea that could help propel me make my businesses better. It was a bargain. The only investment guide you'll ever need by Andrew Tobias used to get me all fired up. I'll read hours every day because all it takes is one little thing to propel you to the next level. Das stimmt. Also Read Books kann ich echt nur empfehlen. Ich muss aber dazu gestehen, mir fehlt manchmal die Geduld, Bücher echt zu lesen und so. Und deswegen bin ich großer Fan von Audible, weil wirklich, es gibt immer wieder tote Zeit und so. Und statt irgendwie Musik zu hören oder so. Auch Podcasts höre ich auch viel. Aber ab und zu, wenn ich mal, ich laufe gerne mal vom Büro heim, abends oder so. Genau, dann höre ich mir gerne so ein Audiobuch an. Das kann man dann auch abspeeden auf 1,5-fache Geschwindigkeit, weil jetzt immer Leute sagen, ja, Audiobücher sind so langsam. Kann man aber deutlich schneller machen und dann teilweise sogar schneller als lesen. Kommt immer darauf an, was ihr aber für eine Person seid. Es gibt auditive Leute, die hören lieber was. Und dann gibt es Leute, die lesen. Also dann bleibt es besser, wenn, also bei denen bleibt es besser hängen, wenn sie lesen. Nein, aber einfach nur so als Tipp. Ja, für diejenigen, weil ich weiß ja, Generation Millenials, keine Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. TikTok-Videos müssen 15 Sekunden lang sein und so weiter. I got the point. Blinkist, auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Als Inspiration. Nutze ich viel, viel als Inspiration. Nice works. When you're nice to people around you, when you're caring, when you're empathetic, you're always gonna get more results. Running a company is not easy. It's hard. But the one thing that you can control in life is your effort. Das stimmt. Schönes Schlusswort. Be nice. Auf jeden Fall. Kann ich nur sagen. Work hard. Das war ... Also der letzte Advice war in der letzten Sekunde. Work hard. Ich find das auch wichtig, ja. Diese Diskussion, smart worken statt hard worken und so weiter. Warum nicht beides? Warum nicht smart hart arbeiten? Brich doch nichts dagegen. So ein Ehrenmann dieser Marc. Ja. Echt nicer Typ. Ich hab auch hier und da schon mal in die Videos reingeschaut. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. oder wie es das Video ist. Schraub.